Der CCT1, Carbolight Gero's neuer Controller mit farbigem Touchpanel, der trotz einfachster Bedienung einen hohen Funktionalitätsumfang bietet. Die intuitive Dialogführung gewährleistet auch unerfahrenen Nutzern eine einfache und zuverlässige Bedienung, die zu einer höheren Produktivität führt. Durch drei zur Verfügung stehende Benutzerebenen und einen individuellen Passwortschutz kann der CCT1 schnell und einfach in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden. Für ein- oder auch mehrzonige Anlagen können Temperaturprofile einfach programmiert werden. Die aktuell benötigte Leistung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Programmierung des CCT1 ist denkbar einfach. Es stehen zehn Programmspeicherplätze mit bis zu 24 Segmenten, bestehend aus Rampen, Stufen oder Haltezeiten zur Verfügung. Auch die Schaltung von Relays kann programmiert werden. Zudem bietet der CCT1 durch seine integrierte Uhr die Möglichkeit, Startzeit und Tag von Prozessen zu programmieren. Alle prozessrelevanten Daten werden vom CCT1 im CSV-Format auf einem USB-Stick protokolliert. Die Controller-Software steht in acht Sprachen zur Verfügung. Auf Anfrage ist es ebenfalls möglich, verschiedenste weitere Optionen über den Controller einzubinden.